Hey, 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 everything good Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgaming, TV's Video und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer neuen Pack Serie und in der letzten Folge habt ihr 16 Daumen nach oben geschafft und ein bisschen was mich richtig gefreut hat Danke nochmal dafür und ja das heißt wir ziehen jetzt müssten jetzt 17 7,5 Packs zieren das wären ich glaube irgendwie so 127.000 Münzen oder so so um den Dreh aber das Team of the Week stelle ich gleich vor wir haben hier noch 4 Sets das sind also viel weniger das sind 13 das müssten dann nur noch ja keine Ahnung ich glaube so ca. 98.000 bis 100.000 so sein das würden dann keine Ahnung wie viele Packs sein aber wir haben hier Jumbo Premium Gold Sets 10 Stück davon werden wir ungefähr ja 2, 4, 6 also ich denke mal so 6 oder 7 zieren also nicht alle aber über 5 schon 6, 7 so um den Dreh und ja stelle ich euch einfach jetzt mal kurz noch das Team der Woche vor haben wir schon mal einen guten Diego Lopez echt sehr stark gewährdet Naldo Second in Form auch richtig stark denn die normale Karte habe ich die geht auch schon richtig ab ich bin schon am überlegen ob ich mit dem holen soll weil der echt richtig stark ist der Bestbewerteste ist David Silva kostet so glaube ich 300.000 bis 400.000 oder 400.000 Münzen so um den Dreh denke ich mal dann noch Arturo Vidal von Juventus auch sehr geile Werte dann haben wir noch von Barcelona Petro und die Verbindung zu den ESA wurde unterbrochen geil ich glaube im Sturm hatten wir dann noch einen Griezmann der zweite Info glaube ich von ihm was ist jetzt noch einmal los oh yes over down the UFC is over down komm das geht schon klar jetzt post ich das Video nicht nochmal von Neustand das geht schon also hier kleine Probleme aber das Team of the Week ist eigentlich echt geil also das ist kein schlechtes Team of the Week guter Verteidiger geile Spieler vorne David Zeller achja Lacazette auch sein zweiter Info auch sehr geile Werte auf der Bank haben wir dann noch Mandanda ein paar Silberspieler De Jong der spielte ja früher bei Gelapbach jetzt wieder bei PSV und dann haben wir noch ganz übersehen Juan Bernhard oder Juan Bernhard von Bayern München ein sehr starker Silberspieler auch ein geiler Info müsste eigentlich höher bewertet sein meiner Meinung nach der geht bei Bayern recht die haben sehr starker Spieler guter Einkauf meiner Meinung nach und der wird wahrscheinlich auch wenn die Winter Upgrades kommen auch geupgradet zu keine Ahnung 76, 77 auch so ein Goldspieler wird er wahrscheinlich werden ja Team of the Week sind wir durch öffnen jetzt hier die ersten Packs natürlich hier die ersten erstmal das Goldset wo nur ein seltenes drin ist 17 Packs müssen wir ja eigentlich öffnen mal sehen wie viel wir denn nachher öffnen weil die 15 K-Packs auch sind und wir ziehen Klaasian, Huntela oder Huntela wie man auch immer aussprechen will mit Akzent von Holland ein Niederländer von Schalke 04 ein seltenes gleich mal ein Spieler das ist schon mal nicht schlecht hätte zwar besser sein können mit 84 Gesamtbewertung ist Huntela ja nicht viel wert ja den Rest können wir abstoßen diese Packs werde ich noch nicht schneiden aber die 15 K-Packs weil da halt sehr viele Objekte drin sind öffnen hier das Season Ticket überspringen und Munain ist drin und sonst nichts weiteres Verträge natürlich wieder eine Fitnesskarte Schalke Wappen und das Dänemark Auswärts Trikot da speichern wir einfach mal den Rest stoßen wir ab und kommen zu diesen zwei Geschenkset von EA hm welches sollen wir zu öffnen für denn irgendeine Mood nein irgendwas kommt dann öffnen wir das hier ich weiß nicht wie viele Objekte da drin sind wir haben achso der erste wird immer angezeigt Koscielny haben wir schon mal drin wir können eigentlich fast alle speichern ne aber die ähm Nonware Goldspieler die brauche ich ja nicht einseitenden Spiele haben wir hier nur drin das ist ziemlich mau also nicht gut die anderen Spiele kenne ich fast alle gar nicht MS zu ZOM die kann man nicht abstoßen oder da also die kann man abstoßen für 0 machen wir jetzt auch und kommen zum letzten Geschenkset 12 seltene Objekte in diesem Set äh drin und wir haben Onur und die Santo und Dante ja komm speichern wir schnell Dante müssen wir leider abstoßen und gehen jetzt zu den 15 Kpx 13 müssen wir noch ziehen während keine Ahnung wie viel Münze ich glaube 97.000 Münzen so wird um den Dreh 30.000 60.000 90.000 sind ungefähr 6 also wir öffnen hiervon warum sind nur noch 9 verbleibend what the fuck ach keine Ahnung wir ziehen eh nur 7 Sets davon erstes Pack wen haben wir drin der Ball dreht sich und es ist kein guter Spieler und dann würde ich sagen gehen wir hier nochmal das Pack durch und sehen wir uns beim nächsten 15k Pack wieder das nächste 15k Pack öffnen wir und in diesem Pack haben wir Pelé Legenden kann man ja nicht auf der PS4 ziehen da haben wir noch Cornelius keine Ahnung ob da was wert ist und sonst natürlich wieder Verträge 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 und ein Duplikat ja sehen wir uns beim dritten 15k Pack wieder vielleicht ziehen wir da endlich mal einen wertvollen Spieler das dritte 15.000 Pack vielleicht ziehen wir jetzt einen wertvollen Spieler in diesem Pack haben wir Mario Manzukic Salihowitsch und Bonnie oder Boni von Swansea City Manzukic ist ja geiler Stürmer auch in Real Life aber die sind alle nichts wert leider naja wir geben die Hoffnung nicht auf wir sehen uns beim nächsten Pack wieder jetzt müssen wir ja mal endlich mal einen guten Spiel hinziehen letztes Pack Opening hatten wir richtig viel Glück hatten Eden Hazard Jerome Boateng und Kurt Rado richtig geiles Spiel dabei in diesem Pack Opening läuft das im Moment noch nicht so rund aber wir haben ja noch ein paar Packs zu ziehen das 15k Packs diesmal mit drin wieder nichts Gutes das ist nicht schön anzusehen leider aber wir haben ja noch 1000 ne ja genau 1000 Münster haben wir noch aber sonst auch nichts Gutes und dann ja bis gleich das nächste 15k Pack öffnet sich vielleicht haben wir jetzt Glück vielleicht haben wir jetzt Glück nein haben wir nicht wir ziehen Benath von Atletico Bilbao und sonst wirklich keine guten Spiele also vielleicht kommt ja noch wir haben ja noch ein paar Packs zu ziehen zwei Packs öffnen wir noch von den 15.000er Sets das vorletzte wir überspringen und haben Abelor vielleicht ein Duplikat ein Spieler Raffin ja aber 5000 Münzen was nicht schlecht ist im Moment das Beste von diesen 50k Packs das 5000 Münzen für uns gewesen naja dann legen wir die Hoffnung auf das letzte Pack gleich letztes 15.000er Pack letztes Pack gib uns was Gutes komm bitte komm komm ah my con also wir haben jetzt noch ja komm die letzten beiden die brauchen wir uns nicht aufheben oder so die laufen ja eh ab dann können wir die auch ziehen komm auch wenn wir bisher nichts Gutes gezogen haben unser Bestes war 5000 Münzen ziehen wir trotzdem noch die letzten beiden das geht schon klar ich hab ja im Moment noch Münzen genug nein Münzen kann man nie genug haben aber wir zielen hier noch die letzten beiden das letzte hier das vorletzte überspringen wir und ziehen Ashley Cole der 2000 Münzen wert ist weil ich ihn vorhin ne gestern auch gezogen hab und 7,5 Kartpack hab ich einfach mal so geöffnet hatte ich ihn auch drin hab ihn dann verkauft aber naja ich glaube im Moment der wertvollste Spieler den wir gezogen haben naja was sollst du machen im letzten Pack Opening hattest du Glück jetzt hast du eben kein Glück kann man es in die aussuchen das letzte Pack ich guck nicht hin no look pack und wir haben Soldado wow ne nix gutes nix gutes wir speichern ich speichere hier die Verträge nochmal schnell und dann würde ich sagen war es das von der dritten Folge unserer neuen Pack Serie ihr wisst Bescheid lasst einen Daumen nach oben da für jeden das für jeden Like öffnen wir ein Pack diesmal mussten wir ungefähr 17 öffnen haben wir jetzt aber die 15k Packs geöffnet deswegen waren das insgesamt 17 weil die ja das doppelte von den 7,5k Packs ähm kosten und ja wie gesagt lasst einen Daumen nach oben da dann ziehen wir immer mehr Packs also bis zum nächsten Video haut rein und ciao bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video